Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über den Siemens KI86VV SE0 Kühlschrank berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Die vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination Siemens KI86VV SE0 stellt einen Gesamtnutzinhalt von 270 Litern zur übersichtlichen Lagerung frischer Lebensmittel zur Verfügung und bietet viel Komfort. Der 183 Liter fassende Kühlraum ist mit drei höhenverstellbaren Abstellflächen aus Sicherheitsglas, einer Hyperfresh Obst-Gemüseschublade sowie drei Türfächern ausgestattet. Der Gefrierbereich der KI86VV SE0 umfasst 84 Liter und stellt drei transparente Gefriergutschubladen zur Verfügung. Die No-Frost-Technologie verhindert die Eisbildung im Gefrierteil, wodurch es nicht mehr abgetaut werden muss und die intelligente Sensortechnik FreshSense sorgt im gesamten Kühlschrank für eine konstante Temperatur. Mit einem Stromverbrauch von 216 kWh im Jahr ist die KI86VV SE0 die Energieeffizienzklasse E eingestuft. Mehr Platz für alles Frische In der Hyperfresh-Schublade haben Obst und Gemüse mehr Platz und die richtige Luftfeuchtigkeit. So bleibt alles knackig und lecker und das ist nicht nur gut fürs Aroma, sondern auch für Vitamine und Nährstoffe. Alles im Kühlschrank auf einen Blick Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt, die LEDs sind langlebig und energieeffizient. Die Low-Frost-Technologie mit Ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit Low-Frost. Perfekte Luftzirkulation. Das Auto-Airflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch. Bruchsicher und reinigungsfreundlich. Die Safety-Glas-Ablagen. Alle Glas-Ablagen bestehen aus extra starkem reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit einfach eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der Kühlschrank trötet so dunt brummt. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Kühlschrank ist sehr geräumig. Gut aufgeteilt. Ein tolles Fach für Eis am Stiel und Eiswürfel. Optisch ansprechende Kühl-Gefrierkombi. Kühlt schnell runter. Hält Gemüse, Salat etc. lange frisch. Damit ist unser Test des Siemens KI-86 VVSE 0 Kühlschranks nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren und ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!